Tja, ich weiß auch nicht. Irgendwie haben sie mir heute morgen gesagt, ich soll hier oben was machen. Ich glaube, ich räume einfach mal ein bisschen rum. So, dann kann man ja schon mal das nach eigenen Wünschen vorbereiten. Eigentlich würde ich gern bequem sitzen. Ich habe mir gedacht, wenn ich heute morgen hier schon was machen soll, also ich würde gern Gitarre spielen. Dabei hat sich der andere Willi vor wahrscheinlich über 30 Jahren mal die Zähne ausgebissen, mir Bassgitarre spielen beizubringen. Was mache ich denn? Ich würde sagen, es ist Urlaubszeit. Ich muss sagen, ich war schon im Urlaub. Ich habe gedacht, ich erzähle euch einfach ein bisschen was von unserem Urlaub, oder? Das war eine tolle Zeit. Ich habe ein Gedicht mitgebracht. Jakob, Jakob. Meinst du, dass du es jetzt angebracht hast, was du jetzt hier gerade machst? Du sagst, ich soll hier die Zeit? Wir haben zwar jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, das können wir irgendwann mal nachmittags zu Hause oder über Urlaub. Ich glaube, wir waren auch, aber das können wir mal mit dem Kaffee trinken machen. Ich glaube, die Leute haben jetzt irgendwie andere Erwartungen an dich, weshalb du hier stehst. Ja, Erwartungen? Meinst du, dass die von mir erwarten, dass ich nicht vom Urlaub rede? Nee, ich glaube, hier, guck mal, da steht es, Predigt-Serie. Wir sind im Hebräerbrief und heute wäre eigentlich die Predigt dran, wo es um den großen Hirten geht. Was hast du da jetzt nicht? Und die Leute erwarten jetzt, dass ich... Denk schon. Okay. Gut, ich habe ja vorhin schon viel über Schafe gehört, dann erzähle ich mal ein bisschen was vielleicht gleich dazu. Danke dir. Aber wenn ihr schon Erwartungen mitgebracht habt, dann möchte ich mit euch tatsächlich über Erwartungen reden. Ja, ihr erwartet jetzt, dass ich wahrscheinlich irgendwas über Hirten und über Schafe rede, aber wenn ihr diese Erwartung habt, möchte ich mit euch über Erwartungen reden. Was sind Erwartungen? Habt ihr Erwartungen? Seid ihr heute Morgen mit einer Erwartung hergekommen? Wer von euch ist heute Morgen mit einer Erwartung hergekommen? Gut, einige sind geschickt worden. Welche Erwartungen habt ihr? Haut es einfach mal raus. Was erwartet ihr heute Morgen hier? Oder was erwartet ihr von mir, wenn ich hier oben stehe? Stärkung für die Woche. Okay. Ich lade dich heute Nachmittag ein. Ich kann kochen tatsächlich. Dein Mann? Ich habe hier Freunde. Wir machen Kasan auf oder so. Nein. Ich glaube euch das. Ich habe auch Erwartungen. Und ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, welche Erwartung hat Gott? Hat Gott eine Erwartung an mich? Hat Gott eine Erwartung an dich? Und welche Erwartungen hast du? Inwiefern Erwartungen von Gott? Er hat es vorhin, wir haben die Folie gesehen, Hebräerbrief. Wir sind am Ende. Das heißt, heute schließen wir den Hebräerbrief ab. Und ich habe mir die Frage gestellt, welche Erwartung hat Gott an mich und an dich jetzt? Wir haben so gut 20 Wochen lang über ein halbes Jahr Predigten aus dem Hebräerbrief gehört. Das heißt, an 20 Sonntagen haben sich Brüder vorbereitet. Und ich weiß von einigen und ich weiß es von mir, dass das an vielen Stellen gerade für den Hebräerbrief hartes Brot war. Wo der Text an uns selbst genagt hat. Es sind 13 Kapitel mit mehr als 300 Versen und nur, nur circa eine Stunde Lesezeit. Der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr, der andere vielleicht ein bisschen weniger. Es klingt wenig, aber du kannst ihn in einer Stunde durchlesen. Von daher hattest du an dich die Erwartung, diesen Text in 20 Teile aufzuteilen und sie dann auch jeden Sonntag mal zu lesen. Wir hatten das Thema Besser. Besser werden, vielleicht besser sein. Wir haben ganz viel darüber gehört, dass Jesus derjenige ist, der besser ist. Besser als. Wir haben über die Überlegenheit Jesu Christi gehört. Wir haben über die Überlegenheit des Glaubens gehört, dass er besser ist wie vieles andere. Wir haben an einigen Sonntagen immer wieder gehört, Jesus ist besser als die Engel, als Mose, als Joshua, als Aaron. Er ist besser als das Gesetz. Und Jesus, er ist der bessere hohe Priester. Jesus als der einzige Zugang in Gottes ewiges Reich. Dann haben wir gehört, achtet auf das, was ihr gehört habt. Verändert eure Herzen. Nicht zum Bösen hin. Wachet in der Leere des Wortes Gottes. Blickt auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, weil es nichts Besseres gibt. An fünf Sonntagen haben wir Warnungen gehört, Christus nicht zu schmähen und den Glauben nicht über Bord zu werfen. Und ich habe Erwartungen an mich. Und mir ist bewusst, dass Gott nach diesen 20 Einheiten Erwartungen auch an mich hat, etwas umzusetzen. Ich würde gerne darüber sprechen, dass das Gehörte Taten findet, dass es gelebt wird. Sonst hätten wir uns diese 20 Einheiten sparen können. Ich glaube, meine Frau hätte sich gefreut, wenn ich an dem einen oder anderen Abend mit ihr ausgegangen wäre. Und ich weiß, dass sie zum Beispiel gerne einfach was anderes gemacht hat, weil sie wusste, da sitzt einer und versucht, das zu verstehen, was er sagen soll. Und so gut vor zwei Wochen war ich im Matthäusevangelium am Lesen und da sind mir zwei Stellen plötzlich so ganz heiß in den Sinn gekommen in Bezug auf das, was wir hier machen. Und da steht in Matthäus 15, Vers 7, ihr Heuchler, auf euch trifft genau das zu, was Jesaja geweissagt hat. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit weg von mir. Ihr Dienst an mir ist ohne Wert, denn ihre Lehren haben sich Menschen erdacht. Und dieses Wort hat mich getroffen. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, du bereitest dich auf etwas vor, was dich verändern soll, wo du einen Rückblick hältst und dann erwischt dich so ein Wort. Und du fragst dich, trifft es auf dich zu. Ist das so? Gehöre ich? Gehören wir dazu? Die einfach etwas von sich geben. Wie viel Gutes hast du darüber geredet? Wie viele Anwendungen hast du gemacht? Hast du vielleicht 20 Anwendungen gemacht? Ich glaube, jeder von uns wird so 20 Freunde haben. Oder 20 Leute in der Gemeinde kennen. Und für jeden von diesen 20 Leuten hast du eine Anwendung gefunden. Und ich möchte mich und dich fragen, hast du in dieser Zeit eine Anwendung für dich gefunden? Hattest du die Erwartung, aus diesem Text etwas für dich ganz persönlich zu lernen? Dann habe ich weitergelesen und ein paar Tage später war ich dann in Kapitel 23. Und da hat es mich selbst getroffen. Und jetzt muss ich zu mir und zu euch, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten haben wir uns das geteilt, zehn Brüdern, die Predigt in etwa. Und da spricht Jesus über die damaligen Lehrer. Und er sagt zu ihnen, alles nun, was sie euch sagen, das tut. Ich habe gedacht, hey, das ist doch toll, oder? Das sagt Jesus euch heute. Alles, was sie euch sagen, eure Lehrer, das tut. Dann heißt es weiter, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Und da hat er mich erwischt. Ich musste mich wirklich hinterfragen und sagen, Herr, schaffe ich es? Diese Erwartung, die hast du an mich, nicht die Menschen. Die hast du an mich, dass das, was ich vorne sage, dass das, was ich aus deinem Wort weitergebe, dass ich es auch tue. Damit Menschen es nicht nur hören, sondern auch nachmachen können. Auch Gott erwartet etwas von uns, das wir umsetzen wollen. Und wie diese Erwartung aussehen kann und was der Text, unser Text, mit einem Schaf zu tun hat und der Predigt, das möchte ich uns gleich erklären, nachdem wir den Text gehört haben. Und ich möchte bitten, dass Lorraine gerade nach vorne kommt und den Text liest. Und dann würde ich da gern mit einsteigen. Betet für uns. Wir sind überzeugt, ein gutes Gewissen zu haben, denn wir möchten in jeder Weise ein Leben führen, wie es gut und richtig ist. Gerade jetzt brauchen wir eure Gebete besonders, weil ich hoffe, dann umso eher zu euch zu kommen. Nun hat der Gott des Friedens den großen Hirten unserer Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten zurückgebracht, und zwar mit dem Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch mit allem Guten aus, damit ihr seinen Willen tun könnt. Durch Jesus Christus möge er das, was ihm gefällt, in euch bewirken. Ihm sei die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich bitte euch, liebe Geschwister, weist dieses Wort der Ermutigung nicht ab. Ich habe mich ja so kurz wie möglich gefasst. Ihr sollt wissen, dass unser Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er rechtzeitig hier eintrifft, werden wir euch gemeinsam besuchen. Grüßt alle eure Führer und die ganze Gemeinschaft der Heiligen. Die Geschwister aus Italien lassen euch grüßen. Die Gnade sei mit euch allen. Ja, vielen Dank, Laureen. Erwartungen. Ich habe für unseren Text die Verse 18 und 19 mit hineingenommen, obwohl wir sie letzten Sonntag auch schon drin hatten. Weil sie ein Stück weit mit diesem Text verbunden sind und ein Stück weit auch gewisse Erwartungen des Hebräer-Schreibers mit aufnehmen. Wir lesen hier, dass der Schreiber des Hebräer-Briefes um Fürbitte bittet. Das heißt, er hat die Erwartung, dass nicht der Einzelne, sondern die gesamte Gemeinde betet, für ihn betet. Da heißt es dann, betet für uns. Jetzt muss ich sagen, ist es nicht ganz eindeutig, ob er jetzt seine Leute meint, die bei ihm sind oder ob er den Vers 17 noch mit hinein nimmt und sich selbst auch als Leiter darstellt und sagt, betet für uns. Weil in Vers 17 geht es darum, dass die Gemeinde vor Ort auch ihren Leitern folgt, für sie betet, sie versorgt und umsorgt. Also dieses Gemeinschaftliche nimmt er dort mit hinein. So möchte ich den Predigtext aufteilen in diese drei Verse 18, 19 und dann Vers 24 da mit hineinnehmen und dann die Kernaussage unseres Textes über Vers 20, 21 und die Verse 25 mitnehmen. Gebet und Fürbitte für uns. Ich habe es gerade schon erläutert, praktisch für die Gemeinde, für ihn als Schreiber. Und er drückt darin auch aus, dass er eine Sehnsucht hat, sie zu sehen. Das bedeutet, die Verbindung zwischen dem Schreiber des Hebräerbriefes an seine Zuhörer, an die er schreibt, war das Gebet, was sie verbindet. Und sie kannten sich und in ihm gab es eine tiefe Sehnsucht danach, sie zu unterweisen, sie auf einen Weg mitzunehmen, einen Weg, den er auch gegangen ist. Er hat sie an vielen Stellen ermutigt, einfach treu zu bleiben. Ich habe es vorhin gesagt und wir haben es 2019 mal gehört, warum wir Jesus folgen sollen. Und in Vers 24 sagt er, und grüßt diejenigen, die für euch verantwortlich sind, grüßt die Führer eurer Gemeinde. Die wenig Übersetzungen sagen die Leiter der Gemeinde und alle Heiligen. Das heißt, in diesen Versen, ich möchte es jetzt nicht tun, weil sie sprechen etwas über den Verfasser und wir haben am Anfang in der Einleitung zum Hebräerbrief ganz viel darüber gehört, dass man sich nicht sicher ist, wer der Verfasser ist. Und hier wird manchmal auch gemunkelt, dass man eventuell den Paulus erkennen kann oder jemand anderen. Ich lasse das einfach mal aus. Ihm geht es hier darum, dass eine Einheit gebildet ist. Dass man Fürbitte tut, füreinander und dass die Gemeinde miteinander dieses lebt. Du kannst halt nicht für dich alleine. Von daher öffnet sich dann wieder dieses Bild. Die Erwartung, Schaf des großen Hirten zu sein. So habe ich diesen letzten Text einfach für mich überschrieben. Ich weiß, das Wort Schaf kommt dort so nicht vor. Es geht der Hirte und ich möchte es gern abwandeln, weil ich den Abschluss des Hebräerbriefs nicht theologisch machen möchte, sondern so praktisch, vielleicht ein Stück weit greifbar. Dieses gemeinsame Folgen dem, der vorangeht. Ich lasse es einfach mal bei diesen wenigen Erklärungen zu diesen Versen und würde dann zu den Versen 20 und 21 gehen. Und diese Verse 20 und 21, sie sind eines der schönsten Segensgebete, die wir einfach in der Heiligen Schrift mitbekommen haben. Und ich weiß, dass ich das jetzt in dieser Zeit immer wieder, wenn ich dran war, hier vorne auch gelesen habe und ausgesprochen habe. Deshalb freue ich mich einfach, da auch ein Stück weit den Abschluss machen zu dürfen. Denn dieser Segen, er ist Erwartung zugleich, aber auch das Öffnen etwas Verborgenem. In diesem Segen geht es darum, dem Hirten zu folgen. Und daraus habe ich mein Thema geschlussfolgert, weil wenn ich einem Hirten folgen soll, dann muss ich Schaf sein. Und ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist, vorhin in der Kindergeschichte. Die Kinder, die wussten es. Dem Hirten folgt ein Schaf, nicht jemand anderes. Von daher die Erwartung, Schaf des großen Hirten zu sein. Und dann heißt es so schön in unserem Text, nun hat der Gott des Friedens. Was ist das für ein Gott? Wer ist es, der Gott des Friedens? Ist das nicht etwas, nach dem sich im Moment alles sehnt? Die ganze Welt ruft nach Frieden. Aber sieht man auch den Gott des Friedens? Die meisten Menschen fragen nur, wo ist denn der Gott, der jetzt dieses Leid zulässt? Vor einem Jahr hat sich unser Deutschland gefragt, wo ist dieser Gott? Der Gott, der diese Flut zulässt, ist da Frieden drin? Aber der Gott des Friedens ist ein Gott, der dir Frieden gibt, unabhängig deiner Umstände. Der dir im tiefen körperlichen Leid einen Frieden in dein Herz legt. Und dann heißt es, der Gott, der unseren Herrn Jesus von den Toten herausgeführt hat. Und an dieser Stelle wird auch im Hebräerbrief zum ersten Mal so ganz klar gesagt, dass Jesus von den Toten herausgeführt wurde, auferweckt wurde. Ansonsten hat Jesus eine große Rolle gespielt. Es war immer ein Zeugnis seiner Erhöhung zur Rechten Gottes. Und das hat der Hebräerbrief ganz oft dargestellt, dass Christus erhöht wurde und jetzt an der zur Rechten Gottes sitzt. Und hier heißt es dann aber, denn unser Herr Jesus, der von den Toten herausgeführt wurde. Und hier verbindet er etwas, hier sagt er unser Herr. Das heißt, er macht deutlich, dieser Herr, es ist eine Gottheit und es ist Jesus. Jesus, der Name für seine Menschlichkeit, für seine Nahbarkeit, für dich und für mich. In Jesus Christus darfst du den Menschen Sehenden, ihn menschlich erleben, ihn aber auch in seiner göttlichen Kraft erleben, wie er dich in die Gegenwart seines Vaters bringt und du mit ihm dort Gemeinschaft haben, Kais. Durch ihn wird der ewige Bund in Kraft gesetzt, durch den wir Zugang zur Herrlichkeit Gottes bekommen. Jesus ist derjenige, der diesen Bund, den ewigen Bund geschlossen hat. Das heißt, im Alten Testament, und das haben wir gehört, immer wenn Gott einen Bund mit den Menschen geschlossen hat, dann wurde ein Opfer gebracht, dann ist Blut geflossen. Und wir haben in den letzten Wochen hören dürfen, dass Jesus Christus dieses vollkommene Opfer war und dieses vollkommene Opfer gebracht hat, damit wir einen ewigen Zugang mit Gott haben, in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Ein Bund, der nicht nur hier auf der Erde galt und zeitlich begrenzt war, sondern ein Bund, der über unsere Zeit hier bis ins Jenseits reicht und uns mitnimmt in die Herrlichkeit Gottes. Und dann heißt es, er ist der große Hirte der Schafe. Was bedeutet es, wenn es heißt, Jesus als der große Hirte der Schafe? Was ist die Bedeutung eines Hirten? Auch das haben wir ein Stück weit einfach in der Kindergeschichte gehört. Der große Hirte der Schafe. Er ist derjenige, der ihre Bedürfnisse stillt. Und das haben wir am Anfang in Psalm 23 gehört und in der Kindergeschichte. Er ist der, der mitten in deinem Leid einen Tisch auftut und dich segnet und dich versorgt. Er ist derjenige, der als der gute Hirte sein Leben für seine Schafe gegeben hat. Das können wir in Johannes 10, Vers 11 lesen, wo Jesus sagt, Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte, er lässt sein Leben für die Schafe. Und als der große Hirte ist er auferweckt worden, herausgeführt worden aus dem Tode in die Herrlichkeit. Und als Erzhirte wird er wiederkommen, um die Seinen mit sich zu nehmen, damit sie in alle Ewigkeit bei seinem Vater sein dürfen. Das ist der große Hirte. Als mir das so ganz neu bewusst wurde, hat sich dieser Vers, den ich hier oft gelesen habe und den ich bewusst gelesen habe, mir nochmal ganz neu geöffnet. Weil diese Dimension plötzlich nochmal so vor mir war, wer es ist, der sich um mich kümmert. Er, der Gott des Friedens, er will uns mit allem ausrüsten. Warum will er uns ausrüsten? Damit wir seinen Willen tun können. Das heißt, wenn Gott eine Erwartung an uns hat, dann gibt er uns auch die Möglichkeiten. Das heißt, wenn du in diesen 20 Reihen etwas gehört hast, wo du sagst, Gott, das kann ich nicht. Das ist zu viel. Das ist zu viel, was du von mir erwartest. Dann will ich dir eins sagen. Wenn er sagt, ich möchte, dass du meinen Willen tust, dann wird er dir die Kraft dazu geben. Dann hat er dich dazu vorbereitet. Er hat dich ausgerüstet. Und im Epheser 2, Vers 10 heißt es, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, damit wir tun, was wirklich gut ist. Er hat uns gute Werke, die er uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Verstehen wir das? Wir müssen nicht versuchen, krampfhaft selbst etwas zu tun. Wir müssen uns dem Hirten anvertrauen. Er gibt uns diese guten Dinge. Er legt sie in mich und in dich hinein. Vorausgesetzt, du folgst dem großen Hirten und lässt ihn in dir machen. Aber du musst dich dafür entscheiden, scharf zu sein. Denn dem Hirten folgt nur ein Schaf. Oder du entscheidest dich, es zu werden, falls du es noch nicht bist. Das ist seine Erwartung an dich. Das heißt, die Erwartung Gottes an dich ist, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, wenn es von Jesus, dem guten Hirten, geleitet wird. Im Hebräerbrief geht es darum, dass Jesus groß gemacht wird. Jesus wurde groß gemacht. Dadurch geben wir Gott die Ehre, heißt es in unserem Text. Das heißt, wenn in einer christlichen Gemeinschaft Frieden ist, ist das eine Gabe Gottes in und durch Jesus Christus. Der Gott des Friedens. Das heißt, wenn in unserer Mitte Friede ist, dann ist dieser Friede nicht, weil wir so gut sind und weil wir uns angestrengt haben, sondern weil der Gott des Friedens ihn gibt. In der Menschheit wird es nur dann Frieden geben, wenn wir den Gott des Friedens uns leiten lassen. Wir werden so viele politische Handlungen abwarten können. Es wird immer nur ein Pseudofrieden stattfinden können, solange wir Menschen den Gott des Friedens die Herrschaft über unser Leben nicht abgeben. Wir werden so viele gute Werke tun können. Aber unsere Werke gefallen Gott nur, wenn sie durch Jesus getan werden. Wenn er sie in uns hineinlegt. Und mir klingt die Predigt von Kevin immer noch im Ohr. Ich habe sie im Auto gehört. Wir waren auf dem Weg aus dem Urlaub nach Hause, über den ich ja nichts erzählen durfte. Und wir haben uns diese Predigt angehört. Und es ist so sitzen geblieben. Es gibt und es sollte kein Jesus Plus geben. Alles, was ich tue, um jemandem zu gefallen, schmälert den Kreuzestod Jesu für mich. Denn dann möchte ich mich in den Vordergrund setzen und nicht ihn ehren. Das, was unsere Werke tun sollen. Und ich fand es sehr bemerkenswert, wie Kevin den Mut hatte, diese Selbstverständlichkeiten unseres christlichen Glaubens auf den Prüfstein zu stellen und zu sagen, wenn du das tust, weil du es musst und nicht ihn liebst, dann schmälerst du sein Kreuzestod. Dann ist das Jesus Christus Plus dein eigenes Werk. Und hier im Vers 22, da spricht der Hebräer Briefschreiber eine Bitte aus. Und er sagt, ich bitte euch, liebe Geschwister, weist dieses Wort der Ermutigung, woanders heißt es, der Ermahnung, nicht ab. Ich habe mich ja kurz wie möglich gefasst. Eine Ermahnung in Kürze, die wir 20 Wochen lang betrachtet haben. Weist die Worte der Ermahnung, die Worte der Ermutigung nicht ab. Eine Bitte an seine Zuhörer, diese Botschaft anzunehmen. Und ich möchte mich gern diesem Schreiber des Hebräer Briefs anschließen. Und so möchte ich euch heute bitten, Jesus als den Hirten anzunehmen oder ihn anzuerkennen. Vielleicht ist er schon lange in deinem Leben, aber du hast ihn immer noch nicht als den Hirten anerkannt. Er ist für dich jemand, zu dem du kommst, wenn es dir schlecht geht. Und er hat Zeit für dich. Und in dieser Zeit habe ich etwas gelesen, wo jemand drüber sprach und sagte, versuche dein Leben mit Jesus doch so zu führen, als wenn es dir immer schlecht geht. Und auch in den guten Zeiten. Das heißt, dich von ihm leiten zu lassen, auf eine grüne Aue weiden, bringen zu lassen. Werde ein Schaf des großen Hirten. Etwas Besseres wirst du nicht finden. Der Schreiber des 79. Psalms, ich glaube, das ist der Psalm Asafs, In Vers 13, da schreibt er, wir sind doch dein Volk. Wir sind die Herde, die du versorgst. Für immer und ewig wollen wir dich preisen. Und jeder neuen Generation überliefern deinen Lob. Und an der Stelle möchte ich an euch, ihr jungen Generation, sprechen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir, die Generation über euch, immer imstande waren, euch das vorzuleben, was wir hätten vorleben sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer mit dem, was ich gesagt habe, mit dem, was ich getan habe, in der Spur des großen Hirten war. Aber ich kann euch eins sagen, in diesen 20 Wochen dürfte ich lernen, was es bedeutet, Jesus wieder ganz neu als den großen Hirten zu sehen. Und ich wünsche mir, dass meine Generation, und wir haben unter uns Geschwister, die für mich auch eine Generation drüber sind, dass wir gemeinsam der jungen Generation vorleben können, was es bedeutet, scharf zu sein, sich zu demütigen, unter die Hand Gottes und sein Nachfolger zu werden. Scharf zu sein heißt nicht, seinen Verstand wegzugeben. Ich habe auch überlegt, was bedeutet es? Der Hirte bringt seine Schafe oft auf eine große Weide. Und dann kommt er nicht hin und sagt, du Schaf, das hier ist dein Stück, du, dein Stück, und die beiden, die können tatsächlich sich da mal abwechseln. Wir haben hier so viele, die an so vielen Stellen der Weide eigentlich grasen könnten. Er schränkt dich nicht ein, sondern er bringt dich auf einen Platz, wenn es dort heißt, er führt dich auf eine grüne Weide, dann ist das etwas, wo du dich entfalten kannst. Ja, auch mit dem guten Hirten gehen wir manchmal durch dürres Land. Er hat nicht gesagt, es ist immer nur grün und du hast Überfluss von allem und du wirst nie ein Leid haben. Aber er ist da. Denn wenn die eine grüne Weide abgegrast ist und du zum nächsten Berg hinaufgehen musst, musst du manchmal auch durch ein abgegrastes Tal gehen. Aber wichtig ist, dass du den Hirten im Blick hast, dass du ihn siehst und ihm folgst, weil er es gut mit dir meint. Von daher einfach kein Appell, sondern auch diese Bitte. Wenn du dich immer noch abrackst und abmühst, dein Leben in den Griff zu bekommen, lass dich von Jesus auf eine grüne Weide führen. Vertraue ihm. Vertraue dich ihm an. Wir haben in der Kindergeschichte gehört, dass es da so ein Schaf gab, was flitzen gegangen ist, was abgehauen ist. Vielleicht bist du auch so ein Schaf. Ich weiß es nicht. Vielleicht sitzt du hier und sagst, es ist schön, dass du so von Schafen sprichst. Aber weißt du, ich bin schon immer das schwarze Schaf meiner Familie gewesen. Ich bin das schwarze Schaf in der Klasse. Ich bin das schwarze Schaf der Gesellschaft. Ich will dir eins sagen. Dann geh nach Hause, mach deine Bibel auf und lies einmal Johannes 10, von dem, was ich gesagt habe, und lies dann Lukas 15. Ab Vers 4. Da geht es darum, dass der Hirte plötzlich merkt, dass ihm ein Schaf fehlt. Und dann heißt es, und er lässt die 99 entweder im Stall oder auf der Weide und er geht los und er sucht das eine Schaf, das verloren ist und er findet es und er nimmt es auf seine Schultern und er kommt zurück und er stellt es da hin und sagt so Schaf und jetzt bleibst du hier. Nein, das steht da nicht. Und er kommt zurück und sagt hier, hier ist mein Schaf. Es war verloren und ich habe es wiedergefunden. Und es ist wieder da. Das heißt, wenn ein Schaf wieder zur Herde zurückkommt, dann gibt es ein Fest beim Hirten und ich freue mich riesig, dass es dieses Jahr viele, viele große Feiern im Himmel gegeben hat, weil so manch ein Schaf zurück zur Herde gefunden hat. Ich bin Gott unendlich dankbar, zu sehen, was er mit uns als Gemeinde macht. Und ich bin mir überzeugt, dass er das gewirkt hat, schon vor dem Hebräerbrief, aber auch jetzt durch das Durchgehen durch den Hebräerbrief. Wir werden es in einigen Wochen erleben dürfen, wenn wir an den See gehen und so viele Geschwister taufen dürfen, die Gott in dieser Zeit zurückgerufen hat in seine Herde, die gesagt haben, ich möchte wieder dein Schaf sein. Ich will dir folgen. Ich wünsche uns, die Kraft loszulassen, die eigenen Wünsche abzulegen. Und ich möchte uns zusprechen, alles, was ihr tut, tut es in seiner Liebe. Und am Ende des Kapitel 13 und am Ende des Hebräerbriefes heißt es, die Gnade sei mit euch allen. Damit möchte ich diese Predigt und auch die Predigtreihe abschließen. Ich wünsche uns, dass wir es gelernt haben, Jesus Christus besser zu sehen, in ihm, den besseren Hirten zu sehen, den Hirten, der mit uns geht. und dass wir es lernen, ihm besser zu folgen, seinen Willen zu tun, uns in seine Gnade zu stellen. Die Gnade sei mit uns allen. Amen.